Ja, wo war das? War das? Ich starte den Generator im Keller neu. Versuche nicht zu kämpfen. Der Verzack mit den Ketten. Der Verzack mit den Ketten. Er schnüffelst. Alter. Er guckt im Schrank nach. Alter. Geh mal raus. Hallo. Ich dachte auch gerade daran. Jetzt rausgehen. Jetzt wo er uns noch sehen kann. Alter. Boah. Ich bin. Boah, ich dachte, das ist jung. Digga. Ja, wieso ist hier das Licht noch an? Das Notfallgenerator bestimmt. Ah, die Schaschen. Dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm. Was können wir jetzt tun? Noch neu zu holen. Wir suchen. Wir haben laut und schlau genutzt. War das nicht hier? Hä, die Tür war zu. Hä, hä, hä. Oh. Ich habe halt eine Kette davon. Mit einer Kette davon. Hier wird es etwas Interessantes. Die Musik. Ich hasse ganz ehrlich diese Dokumente. Ich hasse sie. Ja, lese sie nicht. Ne, ich mache die aber an, weil es irgendwelche Abonnenten, die lesen wollen. Was nicht der Fall ist. Bitte, wenn ihr das lest, schreibt es mir mal in die Kommentare, damit ich weiß, dass ich nicht umsonst mehr Mühe gebe. Dankeschön. Weil ich kenne das bereits. Man vergisst das nur, wenn man es nach einem Jahr gucken. Jetzt brauche ich sie. Ähm, deine Mutter. Ich, ich, ich gehe dich verfreien, Timmy. Warte hier, ich bin nur weg. Hä, ich glaube, da verfolgt mich gleich auch jemand. Ja. Im Keller verfolgt dich gleich jemand. Du, du, dein, das dich noch hier an. Sag mal, ähm, was kennst du alles von dem Spiel? Also, nur ein paar Folgen, so zwischen. Ja, ja. So, 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 die guten 10 kenne ich schon. Von Gronkh. Ja, auch. Best Off. Also, ich habe mir so die Schreckmomente. Ja, ich habe das Best Off gesehen von ihm. Vom Outlast dachte, das Spiel kenne ich noch gar nicht. Wollte ich das unbedingt sehen und dachte, ja, ich bin das von Anfang bis Ende durchgeguckt. So, jeden Abend immer ins Bett gelegt, an meinem Handy die Folge geholt. War mega spannend und interessant. Aber Handy gucken ist auch kacke. Ja, das ist ja fast wie in Slender diese Generatoren arm machen. Und dann habe ich mir das durchgeguckt und habe das so gefallen und mich so gefreut. Ey, der kommt, dieser Schwein. Der kommt zu dir. Hier sind wir in der Falle, Alter. Nein, warte. Boah. Ey, macht Licht aus. Und habe mich so gefreut, dass Outlast Whistleblower, das DLC rauskam, dass ich das täglich mitgeguckt habe. Das waren so die Zeiten, wo ganz viele guten Sachen bei Grong liefen dann. Ähm, South Park, Life is Strange und so. Geil, Mann. Ich kann sagen, jetzt kommt er auch. Weißt du? So. Wow. Der will dich schlagen. Oh, hier geht's gar nicht raus. Nein, 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 nein. Nein. Oh, nein. Ich dachte, da kann man auf der anderen Seite runtergehen, dachte ich. Ich hab gedacht, man kommt auf der anderen Seite runter. Boah. Geh da rüber. Oh, hör auf mit dem Scheiß. Boah, der Wichser war aber schnell, Alter. Der war schnell, Alter. Tschüss. Du Wichser. Tschüss. Boah, Junge. Junge. Ich dachte, man kann an der anderen Seite der Treppe auch raus. Die eine erste Treppe ist da auch so, rechts oder links runter, ne? Digga. Hä, gehst du jetzt wieder hin? Ja, muss ich ja. Warum? Muss ich? Warum? Wir haben den Generator angemacht und du musst, der hat so einen Schalter runtergedreht, ne? Oh, mein Gott. Geht's dich ernsthaft? Jetzt wartet der bisher auf uns? Oh, das haben wir ja so schlecht gemacht. Ja. Aber wir sind rausgekommen mit ein bisschen Schaden. Da ist der. Der darf uns nicht sehen, Alter. Der sieht ja nicht so im Dunkeln wie wir. Guck, der sieht so. Nein, bitte nicht. Nein. 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 Nein, Mann. Er hat uns gekriegt. Das gibt's doch nicht. Ich hab mich nur wegen euch erschrocken. Nicht nur mit dem Typen. recording hat keinen Schiss von dem, alter. Ich da, den, der du, du hast so viel Schiss gehabt, dass ich geglaubt hab, wir hatten noch schon, wir hatten noch voll die Chance dachte ich und dann, He he he. Du hast auf einmal das Licht ausgemacht und machst das in der Ecke. ich dachte der geht automatisch hier drüber tut er nicht und du darfst auch nicht davor so stehen bisschen Frühsport machen ich glaube wenn wir autograuschen machen kommt er richtig da ist jemand ich manchmal gibt es liebe typen ja ich weiß hier gucken hier kannst du bei beiden seite ich dachte das geht ein auch macht seine patrouille voll aus mäßig nein der kommt von da raus der kommt von hier raus ja da ist da hinten waren wir und hier waren noch nicht wir kommen von der tür so wir haben das ding schalter jetzt gar nicht bitte ich dachte das war gespeichert wir haben das jetzt nicht was wir schon gemacht haben hier müssen wir auch drücken wir müssen bei beiden schnell noch die andere tür wusste ich dass es zwei von diesen dingen gibt ich lasse die tür extra auf damit wir den kommen hören sehen es sei denn er ist schon da im vorletzten schrank ist immer perfekt der kommt mit verkauft nein ja jetzt aufmachen er war keine mietze ganz ich hab für die zukunft in alter der ist im wasser muss hier der jetzt rechts rum glaube ich ja wir müssen dahin wo der war da hinten an der tür denn durch nein 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 der kommt zurück der höchste alter jetzt 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 die tür ist aufgeschlagen da geht es noch leiser da ist immer noch eine tür offen wo dann sollte wo 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 und sie 100 hatte der just kinds das bet separated wird jetzt ifica ich wollte die batterie haben und ich will die auch mir holen in batterien richtig das ist wie bei bevor es wurde richtig danach wird bäume zu fällen und die baumstimme zu sammeln wie so eine sammlung und die batterie ein high score aufstellen wie viele batterien ich auch schwer am ende behalte reicht nein für die sinnvoll verbrauchen weil sich bei einem anderen stelle die dringende nötige hier ist ein problem du musst mit anlauf hier drauf springen sonst klappt das nicht dasselbe spiel ich hier noch mal ja nur dass jetzt direkt durchsetzt rechts glaube ich batterie mitnehmen wo war die hier war ja noch was in dem raum man kann man rüber hierüber mann der wixer nein nein der batterie was bringt ihr denn die batterie wir sind tot hast du mal alleucke das ist eine sache sondern keine ahnung weißt du kommst hier doch nicht raus hast du ja gesehen dass ich es nicht ich will ich will nicht schlagen lassen nicht lang m tschüss hehehe hey was machst du? ja als wenn der sofort wieder kommt geh doch du hast doch jetzt die Rotte angemacht oder du musst jetzt noch was machen du musst diesen Schalter der hat doch so ein Schalter runter gemacht hast doch gesehen in der Kamera als wir in diesem Raum waren wow der kommt als wenn hä ich dachte wir würden es voll easy save ne ich weiß das weil ich den Ort hier noch kenne ich weiß dass wir in der Zukunft manche Orte kenne ich das ist eine Karte alter ähm hä da steht sogar hier warte storage, electric we are here ähm ja hier sind da ist eine Wand wir sind hier wir waren da schon hier waren wir jetzt schon hier wollte ich rein wir müssen noch in den Raum da unten links in den Raum ist ja noch ok also jetzt einmal ganz durch und dann einmal links in die Tür rein ich wusste weil weil es ja diese Wand dahinten und da kommt man nicht durch hä? oh mein Gott da kommen wir gar nicht her oh mein Gott ich hasse diesen Typen über alles ja ich ich bin da ich bin nicht daran gewöhnt dieses Kuh zu drücken werden du oh das geht ja ich hab recht meine rechts drüber jetzt links gut das ist so eine Orientierung aber älter ja gut ja wohin was machen was machen Sachen ja das war da der Schalter der Schalter der Schalter Schrank verstecken wo ist der Schrank 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 drüben da danke weißt du der kommt? bestimmt bestimmt ja da kommt der der kommt schön antreten ja jetzt den anderen Schrank nein jetzt nimmt er deinen nein nein hä? warum nimm ich mal den anderen? ja weil das Spiel extra i hä? warte ich meine meine Haare ist er weg? oder ist er noch da? weißt du jetzt wie du laufen musst? ja 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 raus dann rechts rum dann links in den Gang und dann wieder rechts ja ich kenne ihn ja ich kenne ihn ungefähr noch ich probier dich jetzt zu leiten ist ja noch ne Kamera aber da kommen doch so komische Teutsche ich hab gar keine 5 Batterien ich hab 1 von 5 die ganze Zeit links pf nein 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 warte ich ja wieso denn der Schrank ist offen ne? oder hat er den ihm wieder zugemacht? die Riker er ist spurlos verschwunden wieder ein Geist wir müssen eine Zeit lang warten irgendwo einen Fluchtplan überlegen einen guten Fluchtplan boah Digga Digga die Batterien also beruhig dich Freddy beruhig dich ruhig mein Freddy kennst du noch die Szene wo der wo das Monstrum unseren Fluchtplan kaputt gemacht hat ja diesen Scheißer hier beim Laufen während der läuft das ist voll schwierig alter und dann die Orientierung noch zu behalten für mich zumindest meine ich jetzt links bist du jetzt theoretisch nicht schon wieder ey Junge wollen die Tür wieder die Fristluft da hat er die Tür kaputt gemacht ja ja komm braun spielt noch keiner ey das ist doch nur so ey wenn er jetzt wieder diesen gleichen Schrank auf ey dreimal alter es gibt es nicht hä geh mal gleich in den Schrank rein nein mann das läuft nicht nicht hä wie kommt mir da jetzt raus der macht immer den Frank auf der denkt nicht dass es den Schrank hier gibt oder so hä wie kommen wir da raus jetzt ja gute Frage alter ich warte jetzt muss einfach immer vorbei rennen oder warten man muss länger warten Digga der der macht eine Patrouille alter vielleicht geht da hinten in diese Sackgasse während man da rumgehen muss oder so jedenfalls man muss erstmal hier vorne warten und um die Ecke schauen um zu sehen ob da wirklich kommt sind wir erst 11 Minuten dabei um links 11 Minuten im Kameramodus achso ja stimmt die sind ja die sind schon 42 Minuten dabei ahja du siehst das sicher Junge gehen den linken Schrank mal am Arsch Herr locker der macht den Rechten dann auf ich glaube der geht gar nicht in den Raum hier rein da guckt ich dir nur rein nein doch nicht er hat er uns gemerkt oder locker der macht dann den anderen Schrank auf ne locker Digga der hat jetzt viermal in diesen Schrank gekümmt wenn ich in diesem Schrank drin genau auf in den Himmel verschwunden ey was ist das für eine scheiße der fickt uns alter er steht da noch einen schritt weiter näher damit viel zu laut unser Freund du musst deine Ruhe behalten noch hast du nichts deiner Körperteile verloren ach hier ist nichts okay der guckt hier gleich wieder um die Ecke hey was soll ich machen alter renn an ihm vorbei einfach einen Hit kannst du ja aushalten einen Hit kannst du aushalten nur du musst deine ganze Zeit richtig rennen wenn du jetzt einfach an ihm vorbei rennst musst du hier ist noch ein Raum hier ist noch ein Raum hier ist der Karte angezeigt perfekter Moment das hier wär vielleicht was Aua 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 da war noch ein Raum in dem wir nicht waren also Aua Aua Nein m Mann Mann wir waren doch voll die Profis Voll der Spaß wir waren noch voll gut Herr komm das jetzt eine Pause machen Guck mal genau auf die Uhr das ist genau das perfekte Moment um auszumachen jetzt ok okay für den Wernmann die Pause erstmal wie so wie man es das kann ich würde kurz was trinken und dann auch noch in der Küche eine Pause für die Pause machen wir eine Pause Bis zum nächsten Mal.